Das ist sein Das ist sein Yo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal Und ja, heute gibt es mal ein sehr besonderes Video Und zwar ein 101 gegen Marcel Und ja, du kannst dich jetzt erstmal vorstellen Was geht, YouTube? Marcel zu dem Skorpchen ist auch am Start Und wir spielen ein 101 heute zwei Stück sogar miteinander Genau, einmal mit Vollmantel Dann ohne Vollmantel Anton ist Host, wir spielen bis 20, ne? Nein, bis 15 Also ich habe auf jeden Fall einen Host-Vorteil, weil ich sehr weit weg von dir wohne Und genau, wir werden jetzt auch das 101 nicht machen Um irgendwie zu beweisen, dass Marcel oder ich besser ist Und ja, einfach just for fun mal gucken Ja, 101 ist ein Gesossen-Eigenbild Aber es haben sich viele gewünscht Genau, es hat nichts auszusagen eigentlich Genau, wir werden auch immer so die Perspektiven switchen Je nachdem, wo die Action abgeht Und ja, also, bist du bereit? Ich bin bereit Erste Runde mit Vollmantel, let's go 3 2 1 Ich synchronisiere trotzdem nochmal Ich vermute mal, du spielst mit Ska Mit Ska, ja, wahrscheinlich schon Ja, ich auch Ohne Vollmantel wäre ich dann wahrscheinlich mit der Macht Boah, alter Scheiße, Mann Mal gucken Wir sind heute beide nicht so richtig in Topform Marcel geht's auch nicht so ganz gut Und meine Hände sind jetzt schon nass, Alter Ich weiß nicht, was los ist, ne? Ohne Mist Okay, ich nehme den ersten Spawn Oh, ich habe scheiß Connection Ich höre, ich höre Ah, du hast ne Ah, ich dachte schon, dass du ne Wanda hast So Oh Gott Ich muss dazu sagen Ich spiel ohne Ska Marcel Ohnein Hab ich so sofort veraimt, Alter Wie ein Stück Scheiße Ohnein Ah, stimmt Mit Vollmantel Hab ich gar nicht daran gedacht jetzt Ich habe nie so lauten Games in meinem ganzen Leben angehabt Oh mein Gott, oh mein Gott Okay, nice Ich habe noch nie so was lautes gehört Lol, Digga What the fuck Ich bin am Challengen, Junge Oh mein Gott Alter Das geht bei dir gerade ab, Mann Alter Ersten drei Gunfalls hast du mich ja sofort mal Geworriert Ah, ich kann da nicht Hast du geworriert gesagt What the fuck Warte mal Ich darf sie leiser machen, Alter So Ja, beim zweiten auf jeden Fall, Alter Das war richtig krass Ich habe mein Gamehautes falsch eingestellt Warte, ich mach gleich Aber erst mal, warte Chill, spiel weiter Okay Oh Gott Oh mein Gott Ich war irgendwie so ein Hurensohn, Alter Ich war eigentlich schon tot, ne Ich schwöre, Digga Ich war schon tot, Mann Alter Warte, zähl mal kurz, zähl mal kurz Jojo, ich warte Fern ist natürlich Wird auch für uns groß geschrieben Naja Boah, ich führ 3-0, dann vereh mich dreimal wie der letzte Haufen Müll, Alter Ich bin auch so ein Spieler im 101 Challenge ich hier überhaupt Ich bin weak wie so eine tote Tomate, Alter Ich muss lachen, Digga Ich bin mal als Maul, Alter Nein Oh, wie er da springt wie so ein Kaninchen dreimal nach der Nacht What the fuck, Alter Okay, nice Ich muss sagen, wir sind jetzt auch nicht so die Todes-101-Spieler, die jeden Spot kennen Klar, so die Standard-Warbanks und so sind uns bekannt Aber sonst WTF Boah, aber ich muss sagen, jeder Gandalf ist so knapp, ne Ohne Biss Ja man, natürlich ist ja klar bei uns, wir sind ja relativ, was Aims angeht Ich wollte nochmal gratulierend hier auch bei dem Video für die Trippenduklear Danke, Bro Ich glaub damit Oh Gott Hast du enggiltig nochmal bewiesen, dass du auch ein richtig krasser Spieler bist? Oh mein Gott, Alter Oh shit, Alter Ich hätte auch pre-firen Ja, ich hab dabei geguckt, wie ein Ich hab die Augen zusammengeguckt Wie das letzte Müllhaufhäufchen, Alter Scheiße Wir challengen eigentlich auch immer Also wir werden jetzt hier nicht irgendwie, keine Ahnung, campen und uns totschwitzen Also ob es hier um was, was ich geht Oh leih, bist du oben, oder was? Ja Oh fuck, Alter So weak, Alter Oh nein Oh mein Gott, nein Oh mein Gott, nein Bist du What the fuck Nein, ich hasse das hier Ich auch, Junge, ich hasse das Nein Oh mein Gott, ich hasse das auch so Nice Oh Gott, oh Gott, Alter Ich hab gleich einen Millimeter veraimt, ne? Oh mein Gott, das ist so weak Ja, das ist bei uns beiden ja klar Ich meine, wir dürfen hier, wir dürfen eigentlich ohne Fehler müssen wir spielen Oh, Alter Ich hab aufgehört zu schießen, ne? Hast du schlecht gemerkt Naja Alter Dann, du springst so weiter Und ich ziehe noch so im letzten Moment rüber Ja, da sieht man halt, ich challenge halt auch alles Oh nein, oh nein Nein Oh nein, 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 nein Anton, leg dich hin Ah Oh scheiße Digga, ich hab so Angst gehabt Oh mein Gott, ist das ein Rumgesweate hier, Alter Oh mein Gott Oh Gott, nein Aufpassen Oh, wie viele Wände ich dich anschließe, Alter Digga, das war ein Oh mein Gott, ich kann Ich kann es nicht überleben, eigentlich Tschüss Alter Du hast dich noch so gerettet mit dem einen Sidejump Oh mein Gott Oh mein Gott Das geht übrigens Leute bis 15 Ach ja, bis 15 stimmt, Alter Ich hab voll vergessen, Junge Okay Oh Oh mein Gott, wie der rumschwitzt Normal, Digga Normal, wenn du mich da totgechallenged, Alter Ich weiß nicht mehr, ob du oben oder unten Ich weiß nicht mehr, links, rechts, oben, unten Ich hab keine Ahnung, Alter Wie wir die Plätze getauscht haben So verhindert, Alter Holy shit Scheiße, Mann Oh mein Gott, ich, ich Guck, 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 guck Guck, 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 guck Ich weiß nicht mehr, wo du bist, Digga Junge, ich hab nie so ne Angst gehabt Oh mein Gott Okay, eins Komm, wir challengen jetzt Rechtax, Alter Ja Wir haben noch nie so, noch nie so'n Fehler gemacht im Spiel Ich hätt eigentlich tot sein müssen Ja Hä, lol Ich weiß nicht mal, wo Hä, lol Lol Ja, okay, gut Hä, wo warst du, Junge Ich war unten die ganze Zeit, Digga Hey, no way, Mann Oh mein Gott, Digga Ein, ein Schuss, ein Schuss Digga, hör mal auf Wenn du piste, willst du mich demütigen, oder was? Nein, Digga Ich hab die nur aufgehoben Ja, ey Die ist doch gut, Alter Ja, klar ist die gut Alter Lachs, Mann Das ist hier auf jeden Fall knapp Oh Digga Was ist los, Digga Ja, Scarf ist wieder kaputt, Alter Als ob Doch Guck mal, Digga Weißt du, warum ich gestorben bin? Weil nach Ich konnte nachladen Nicht abbrechen, Alter Ja, Scarf ist wieder kaputt gegangen Halt unten Aber es geht schon Ich kann so spielen Okay Aber trotzdem, Alter Oh mein Gott Hab ich gesweatet, ne Junge, es ist so Ich brech nachladen Aber es zählt einfach nicht, Alter Aber war auf jeden Fall knapp, Leute Nein, Gott Muss ich mir wieder auseinanderschrauben Oh Gott Willst du es jetzt machen? Dann machen wir kurz einen Cut Oder Warte, ich überlege gerade Nein, brauche ich nicht machen Okay Hast du deine Klasse? Ja Alter, wie ich schwitze, ne Okay, go Leute, falls ihr übrigens Bock habt Auf ein Kill-Duell von Marcel und mir Wir haben jetzt echt schon Extrem lange keins mehr gemacht Abgesehen vom Nuklear-Duell Irgendwie ein Ground War Best of Me oder so Können dem Video gerne einen Daumen nach oben geben Dann werden wir das bestimmt In der nächsten Zeit mal aufnehmen Und vielleicht bei Marcel oder so hochladen Und Ja So Ohne Vollmann für M8 Oh Gott, jetzt Nachs Gehaar und dann mit M8 spielen Ist ein bisschen Gefährlich Ich hätte gar keine Chance haben, Junge Ich habe meinen Controller bis halb auseinander gebrochen Okay, das ist der Challenge So Ich spiele auch immer Ich will immer challengen Oh nein, nein Yo, wahrscheinlich, Alter Alter Ich bin so schnell drauf, als hätte ich aimer Aber es zählt nicht Tschüss, Mann Mir war es auch gerade so Lol Wovon wurscht mich an? Ich habe dich nicht mehr gesehen Ich habe ein Köpfchen ganz kurz rausgestreckt Okay Ich weiß doch immer nicht, was ich machen soll, ne? Ja, auch nicht Dafür sind wir einfach zu unerfahren Ach, scheiße, Mann Okay, komm, Mann Dann reiß ich jetzt zusammen Oh mein Gott Alter, war das klar Ich habe nicht auf die Min Ich gucke immer Ich kann nicht Minimap Und ich gleichzeitig Wenn du es dann siehst Na, das ist so heftig Wie weak ich jedes Mal bin Ey, Junge Das ist so lächerlich Mein Gott, Alter Gerade noch so über den Zaun gesprungen Oh nein Ich war auch sofort drauf, ne? Du hast gerade leichtes Echo, Digga Ja, weil ich Ding ins Alter Weil ich dich hier noch höre, Mann Achso, okay So, nein, nein, nein Wo bist du, Digga? Okay, oben nicht Ah War perfekt von mir gemacht Das wird nicht belohnt Das war klar Ich habe dir perfekt auf den Kopf gegeben Ein Burst Nice Ah, Alter Ich habe einen gelähmten Triggerfinger, Alter Ich bin richtig behindert Oh nein, nein, nein Ah, Mann, Alter Jetzt verhebe ich mich auch ein bisschen Alter, Digga Ich habe zwei Bursts auf dich getroffen Ja, du hast auch alles Ich habe geschluckt wie eine Nutte, Alter Connection Spaß Oh mein Gott Nein Okay, meine Hände sind so schwitzig Ich muss gleich Junge, wie geht das? Ich muss mal kurz Digga, ich muss mal kurz abwischen Ohne Messe Es geht nicht, Alter Ja, soll ich witzschüllen? So nass Ja, ja Okay Ich habe meinen halben Controller in der Hand, Alter Puh Den Auseinandergefallen, ne? Natürlich, Junge Alter Boah, warst du schnell tot Das ist so witzig, wie du springst, ne? Oh, 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 oh Wie viel hast du geschluckt, Digga? Oh mein Gott Oh mein Gott Habe ich noch nie gesehen Habe ich ohne Witz noch nie gesehen Das war so, wie du geschluckt hast, war so frech, Junge LOL Oh ja, Mann Alter, direkt drauf hast du, ne? Ja, Mann Krass Ah, Blue Wallspot Den kenne ich gerade so Oh mein Gott Ich bin ein lebender Toter Ich bin ein lebender Toter Ich bin ein lebender Toter Naja, okay, war klar Digga, hätte es mir jetzt gegeben Hätte ich alles, alles verkaufen müssen Ich hätte vor der Cam die Pläsi abgebaut Ich schaue auf alles Oh mein Gott Das ist so ein rumgesweat Vor allem, wir haben ja schon mal Manche YouTuber machen auch so lustige One-Wons gegeneinander Aber das ist jetzt quasi ein ernstes Also wenn wir richtig Wie wir halt richtig spielen Junge, dann bin ich weak Wenn wir halt richtig sweaten Ja Alter, ich bin perfekt drauf, Mann Das ist so heftig, Alter Ich auch, Alter Das sieht man einfach, dass wir einfach zum höchsten Niveau Deutschlands gehören Ist einfach so Vom Aim geht es Es geht vom Aim eigentlich gar nicht besser Bei den YouTubern auf jeden Fall, klar Ja, YouTuber sowieso, Alter Oh mein Gott Oh mein Gott, Alter Ich sehe dich da hinten durch das Blumenbeet fliegen, Alter Oh mein Gott Was mache ich, Alter? Okay, 10 zu 9 für dich Alter, no chance Digga, ich habe so einen psychischen Nachteil Ich kann gerade nicht spielen Ich habe Angst zu gewinnen gerade wieder Echt? Ich kriege das immer irgendwann, ja, Mann Ist richtig schlimm bei mir Alter Perfekt Und sobald ich das habe, bin ich ein richtiges Opfer Oh mein Gott Ja, natürlich, Alter, keine Chance Wie bitte? Wie bitte? Was? Was hältst du? Wie bitte, Junge? Du, du kleine Pinocchio-Maus Oh, was? Ich habe auch perfekt rübergezogen Digga, es ist so krank, Alter Alter, war das gerade heftig, ne? Tschüss, Digga Alter Nice, dass du mich da noch geholt hast, ey Junge, ich habe so rübergezogen, das hätte ich Aim-Bot, Alter Ja, ich auch, aber dann bin ich dauernd gegangen Nein, es ist ein Fehler, Alter Oh mein Gott, ich veraim wie so eine Missgeburt Ich habe auch kurz veraimt Und dann Das sah so witzig aus, ne? Okay, ein Kill brauche ich noch, Leute Okay, Marcel, schwitzt nochmal Nein, da kann ich nicht Da sterbe ich immer, wenn ich dich da challenge Das ist einfach so Oh, oh Mein Mund ist so weit offen, das gibt's gar nicht Da würde Ich sag's lieber nicht Ich sag's lieber nicht, was da alles Nein, nein Was? Ich habe aufgehört zu schießen Alter, ich habe so gesweatet, Alter Ich wollte mir Controller schon weglegen, fast Halt's Maul Spaß, Mann Nein, ich bleibe in der Wand hängen Wie so ein Fettsack, Alter Wie so ein fettiger Fettiger Nein One Burst Also ey, zweimal mit drei Kills Unterschied, ne? Ja Oh Gott Also Leute, ihr seht's, bei uns ist eigentlich vielleicht maximal ein Skill-Unterschied von 5% oder so Und Hier One Burst Oh mein Gott, Alter Hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht, Digga Ohne Mist Ja, war nice Und ja Leute Wie gesagt, falls ihr darauf noch Lust habt auf ein Kill-Duell Jetzt nochmal zu Ende Black Ops 2-Zeiten, wollte ich schon sagen Obwohl das Spiel eigentlich nicht mal das Aktuelle ist Lasst auf jeden Fall ein Like da Dann machen wir auf jeden Fall nochmal ein Non-Diesel-Kill-Duell Wo dann nochmal eine komplette Eskalation angesagt ist Und ja, ich muss sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal Link zu Marcel ist natürlich in der Videobeschreibung Und falls ihr so ein Chip-Nuklear-Gameplay noch nicht gesehen habt Auf jeden Fall auschecken Und haut rein, bis zum nächsten Mal Und du kriegst das Schlusswort, Digga Jo, also ich würde auch sagen, hat richtig Bock gemacht Lasst eine Bewertung da, haut rein Bis zum nächsten Mal, Leute Tschüss